Auch das letzte Heimspiel des Jahres am vergangenen Wochenende konnte die Mannschaft von Jürgen Ehrmann gewinnen. Nach einigen Gala-Auftreten im Dietmar-Hauptstadion war das Spiel gegen Lena diesmal nicht die hohe Fußballkunst, aber unter dem Strich stehen am Ende wieder drei Punkte für unser Team und das zählt ja bekanntlich im Fußball. Ja klar, das stimmt, wir haben das Spiel am Montag bereits analysiert und es gab sicherlich paar Sachen, die nicht so funktioniert haben wie sonst, aber wir sind natürlich froh, dass wir trotzdem die drei Punkte mitgenommen haben und schauen jetzt nur noch auf das Spiel in Köln und wollen da auch drei Punkte mitnehmen. Der 1. FC Köln ist nun am Sonntag der letzte Gegner des Jahres und auch in dieser letzten Trainingswoche in 2019 hat unsere Mannschaft noch einmal alles reingesteckt und will keinesfalls schon einen Gang zurückschalten. Wir haben Köln natürlich analysiert und Köln hat ein starkes Umschaltspiel und ihre Qualitäten im Offensivspiel und da haben wir uns ein bisschen darauf fokussiert und haben Gegenpressing geübt noch mal und im Endeffekt haben wir einfach die Woche geschaut, dass wir noch mal 100 Prozent reingeben, dass jeder noch mal Gas gibt und dass wir am Wochenende ein gutes Spiel noch mal rausholen und die drei Punkte mitnehmen. Die drei Punkte wollen die Kölnerinnen sicher auch am Wochenende holen, stehen sie doch aktuell auf einem Abstiegsplatz. Am vergangenen Wochenende ist ihr Spiel in Duisburg wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen, so dürften sie heiß auf die Begegnung am Sonntag sein und vielleicht doch noch vor Weihnachten die Abstiegszone zu verlassen. Ja, ich denke gegen Köln ist es immer ein schwieriges Spiel. Die sind eine starke Mannschaft, die sehr aggressiv spielt und wie bereits gesagt, haben die ein gutes Umschaltspiel, haben vorne ihre Qualitäten und stehen aber hinten auch kompakt und da wollen wir einfach dagegen halten, wollen gut dagegen pressen und wollen auch unsere Torchancen nach vorne erarbeiten und das ein oder andere Tor schießen und dann die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Gerade letzt vor Weihnachten, wenn dann einige Wochen kein Spiel ansteht, wäre es schön, sich mit einem Erfolgserlebnis, mit einem Sieg in die Feiertage zu verabschieden. Ja, ich glaube schon, dass jeder gern mit den drei Punkten gegen Köln noch mal das Weihnachtsfest genießen will und ja, es ist einfach schöner, wenn man die drei Punkte mitnimmt und deswegen haben wir die Woche auch noch mal alles dran gesetzt, am Wochenende ein gutes Spiel zu geben, haben uns gut vorbereitet und dementsprechend nehmen wir am Wochenende die drei Punkte mit. Sollte es am Sonntag mit einem weiteren Dreier klappen, wäre das Punktekonto auf alle 34 Zähler angewachsen und man wäre den anvisierten 40 Punkten schon ganz nahe. 34 Punkte wären natürlich super und das ist einfach der Erfolg der Mannschaft, die harte Arbeit, die wir Woche für Woche auf dem Trainingsplatz ableisten. Jede Spielerin bringt zusätzlich noch so viele Einheiten im Einzeltraining, im Football-Naut und wir strengen uns einfach alle an im Team und das passt einfach und ich denke, das haben wir uns dann auch verdient, die Weihnachtspause und mit hoffentlich den 34 Punkten. Es bleiben aber auch noch Ziele für das neue Jahr. Nach der starken ersten Halbserie soll diese dann nach der Winterpause bestätigt werden. Ja, ich glaube, da wir momentan auf dem zweiten Platz sind, denke ich schon, dass wir motiviert sein werden für die Rückrunde und man kennt ja auch von den vergangenen Jahren, dass wir in der Rückrunde immer Probleme hatten und da wollen wir einfach dieses Jahr Konstanz zeigen und auf jeden Fall auch eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Zum Ende des Jahres ist es auch immer an der Zeit für ein kleines Zwischenfazit und so fällt das Resümee von Anne Fühner aus. Im Jahresrückblick, wenn man das nochmal zusammenfasst, denke ich, können wir alle sehr zufrieden sein. Auch ich persönlich kann zufrieden sein. Wir stehen auf dem zweiten Platz und haben hoffentlich am Wochenende 34 Punkte und ich glaube, besser hätte es nicht laufen können diese Saison. Ich glaube, wir und keiner hätte erwartet, dass wir jetzt in der Winterpause auf Platz zwei stehen und das müssen wir einfach mitnehmen, das müssen wir genießen, solange wir da oben stehen und der Blick auf die Tabelle macht einfach Spaß und ich hoffe, dass es so lange wie möglich so bleibt.